Oh, was ist das, Alter? Jetzt habe ich Tisch und Tisch Der die ganze Zeit bomben darf Glückspitz Alter Nicht nur eine, Alter, das sind direkt mal drei Digo Ist er tot? Ja, der ist tot Alter, den Schluss konnte ich nicht mehr entkommen Aber man kann den Nahkampf erledigen, das ist gut Der Feind gesichtet Sie ist allein Ausschwärme und Beeilung Aber ich habe jetzt zwei Dome gestalten, das ist gut Alter Feind gesichtet Sie ist allein Ausschwärmen und Beeilung Geht mir und der Kürtungsfeuer, jetzt Feuer, kommt mit mir Ich bin dabei, wie wir Oh, das ist ja noch so ein Panzer Oh, das ist ja noch so ein Panzer Alter Feind gesichtet Sie ist allein Ausschwärmen und Beeilung Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich vorgehen muss Super Die Bombe war ja mal gar nichts Alter, geh doch mal Okay Dieses Mal war die Taktik ein bisschen kaputt Feind gesichtet Sie ist allein So Ich habe gleich jetzt in die Bombe herzustellen Jetzt Spannend back home Out of the way Stop Stop Max, run it Alter! What the fuck? Ich dachte, ich kann den Nachkampf erledigen. Okay, es ist nur einer von denen, der gepanzert. Also muss ich die Bombe dafür einsetzen. Ich bin hinter dir! Ich muss das anders planen. Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärme und Beeilung. Die Bombe muss sich gegen ihn einsetzen, irgendwie. Ich darf doch nicht wahr sein. Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärme. Ich habe mal eine andere Idee. Mal sehen, ob es klappt. Sie sind flackiert! Sie ist getroffen! Sie ist verbunden! Sie sind geschossen! Sie sind verbunden! Weg! 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 Weg Komm schon! Das war knapp, aber es hat tief rein und nah funktioniert. Wir gehen jetzt zurück! Ja! Ja, Jekyll! Na ja, Jekyll! Wir sind in der Straße! WTF, nicht gut. Alter, geschafft. Ich glaube es nicht, ich habe es geschafft. Was ist hier passiert? Ja, gut, ich frage was hier passiert. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen, wie meinen eigenen Händen. Okay. Ich weiß nur nicht mehr, wer zu wem gehört. Jacob, ich glaube ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Oh man, das ist gar nicht gut. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Was ist denn hier los? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da kommt der raus! Let's go! Alter, 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 alter. Oh-oh. Oh-oh. Ja, überleben Sie das eisige Wasser. Komm, schwimm schneller. Oh oh, komm schon. Komm, 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 komm. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um weitere Videos zu sehen. Liked, wenn ihr wollt. Schaut auf der Website vorbei. Und was jetzt passieren wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.